auf geht's jawohl jetzt will ich aber jemand meine pistole ein bisschen mehr zum einsatz bringen komm herr du zombie danke dass ihr mitgespielt habt das kann wieder aufladen dahinter ist es ich guck hier trotzdem mal rein ja aber das nix so den haben wir mal gemessert ausgezeichnet ist es aber ich messer den ihr gleich noch mal und dann hole ich mir die munitione hinweis und da ist auch munitione und hier ist zombie dankeschön so pistole ist aufgeladen hier muss ich zwei schuss nachladen ich habe vorhin wieder ein spiel gehört was mir mal empfohlen wurde und zwar die wolf das soll auch so ein geiler multiplayer sein müsste ich mal ein video rausholen kann ich dir erstmal schicken weil das war nämlich so dass einer gesagt hat dass ja hans showdown irgendwie eine mischung ist aus pub g und die wolf ach ja das war ja messer typ und dann irgendwie noch ein spiel und ich komme dir mal zu hilfe sich das neue hinter dir ja ich weiß aber ich habe gerade das problem dass er gerade nacht lädt so blutung stoppen ich hätte auch mal zu dir hoch kommen sollen das verwirrt wahrscheinlich besser gewesen ja manchmal hilft es also die können schon so ganz kleine Dinger nicht hochquettern irgendwie sind wohl die sind halt wowwows ne so dann gehe ich mir mal die spritze da gibt es auf jeden fall munition aber ich glaube das geballer ist hier ist auch munition noch hier hinter so wenn du ein dreieck setzt kann ich kann setzen derzeit doch kannst du geht auch ja um ob schlechter wird verbrannt das ist schlecht das war vielleicht das geballer ja das kann sein so müssen wir denn lang so hier über die mauer schräg nach rechts dann ja ich komme alter das hört hier mal so geil an das hat ihm sowieso also gute munition dann jetzt hier glaube ich so in die richtung genau also ziemlich weit weg links von uns ist eins was näher ist ok dann können wir noch das nehmen ja ich hoffe da sind keine gegner ja das wird spannend da bin ich auch mal oh da ist rechts ist ne saatmuti oh die hast aber schnell platt gemacht ja die müssen also je schneller desto besser so den messer ich hier mal kurz hier gibt es doch gesundheit falls du noch brauchst und hier mal ziehen ach da komme ich gar nicht rein muss ich von woanders rein so also dass der hinweis war hier oben ok prima ja super komme ich wieder raus hier ist noch munition sehr gut so was machen wir denn jetzt gucken jetzt hier so schräg rüber gehen ich würde auch sagen ich folge dir auch nicht ok prima oh warst du das das war ich ja ja ah ok oh da sind hunde wo willst du hin äh zum nächsten ziel also ist da eins ja also mir wird eins angezeigt ich sehe kein ach jetzt sehe ich es das ist fett weit aber gut ja nee gehen wir da lang das ist gut oh hunde müsste tot sein ne ja jetzt soweit ich glaube alle getroffen oh ja jetzt sehe ich sogar zwei ziele ja das ist manchmal komisch es ist auch so ich suche das manchmal und denke so wo rennt er denn hin und dann sehe ich es doch also das ist so komisch ja ja oh da drin wird geballert dann ist dann ist dann ist der bestimmt hier ne die spinnen von ultima oh ja da drinnen alter da hat es aber eben gerumpst aber es wird eigentlich keine spinne angezeigt also da ist eben eine explosion gewesen ok ja wir könnten auch zum nächsten hinter uns aber können wir auch machen war ruhig zur nächsten ja ja machen wir ruhig das ist ja da hm ah der hat eben der eine erschossen die haben sich da drüber jetzt ja hab ich auch gehört das ist doch ganz gut soll uns nicht schaden nö ja manchmal ist das auch nicht verkehrt lass die da mal ballern ja dann sammeln wir halt so ein bisschen hinweis aufgedeckt sehr schön rausgezogen nein jetzt müssen wir doch in die richtung ne blöse da wird nochmal gemessert jo geht nur in die richtung es ist für hunde die sind echt übel diese wofs hier bin ich auch schon mal gestorben ja hier sind gegner der kummer ist leuchtet rot sie ist es aber ich habe schüsse gehört ich denke denen was die sind hier ich wurde angeschossen während ich auf karte auf die karte geguckt es nicht genau von wo ich vermute mal die werden im gebäude seine ich bin nicht sicher es kann auch sein dass es von unten und wer läuft hier rum da ist war ja so kurz weg hast du gesehen in welche richtung ich geguckt habe ne irgendwer wirft gerade hier dynamit ist hier links um die ecke also da ist er er kommt runter weg 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 stecke fest ich kann nicht weg ich habe zweimal auf ihn geschossen das gibt es doch gar nicht hast du mich fett geblockt Entschuldigung scheiße ich dachte was wieso kann ich nicht runter